Verfügen die Pools der Pools Factory Group Zertifikate? Die Produktion unserer Pools wird seit Jahren von der Zertifizierungsstelle TÜV Rheinland ständig überwacht. Die Nummer unseres Zertifikats, das für Sicherheit und regelmäßige Produktionsüberwachung steht, erscheint im unteren Bereich und kann unter dem angegebenen Link überprüft werden. Es umfasst sowohl die Kontrolle des gesamten Produktionsprozesses von Pool auf Laminat, als auch unsere fertigen Produkte, die auf Lager sind und die auch schon verbaut wurden. Erwähnenswert ist, dass TÜV Rheinland verschiedene Arten von Zertifikaten nicht nur für Produktionsprozesse und Endprodukte ausstellt. Wenn also eine Firma mit einem solchen Zertifikat wirbt, lohnt es sich zu prüfen, auf was es sich genau bezieht. Informationen zu diesem Thema erhalten Sie auf der angegebenen Webseite. Dies ist nicht das einzige Zertifikat, das wir haben. Der Antirutschutz, der in die Struktur der Treppen unserer Schwimmbecken eingebaut ist, verfügt über ein Zertifikat, ausgestellt von einer unabhängigen Zertifizierungsstelle, dem Technischen Institut für Konstruktion in Prag. Unten ist die Nummer unseres Zertifikats. Es beweist, dass der in unseren Produkten verwendete Antirutschutz den Anforderungen der Sicherheitsnorm DIN 51097 entspricht. Wir besitzen auch ein Zertifikat unseres Lieferanten Connector, die bescheinigen, dass wir hochwertigen Ashland-Produkte für unsere Pools verwenden. Wie lange wird die Garantie auf die Pools der Pools Factory Group gewährt? Die einzelnen Produktmarke unserer Pools unterscheiden sich in Preis und Qualität, sodass die Länge der Garantie davon abhängt, welche Marke Sie wählen. Die Economy Line Pools haben eine 15-jährige Garantie. Wenn Sie sich für einen Pool-for-You-Pool entscheiden, erhalten Sie eine Garantie von 20 Jahren. Wenn Sie sich für die Marke Starpool entscheiden, haben Sie eine 30-jährige Garantie. Noch besser, wenn Sie sich für einen Exclusive-Pool entschieden haben, haben Sie ein ganzes Leben lang Ruhe, da die Garantie 100 Jahre beträgt. Einzelheiten und Garantiebedingungen werden zusammen mit den Unterlagen beim Kauf des Pools bereitgestellt. Wie lange wird Garantie auf das Pool-Zubehör gewährt? Auf das Pool-Zubehör erhalten Sie eine 24-monatige Garantie. Es umfasst jedoch keine Verbrauchsmaterialien, wie zum Beispiel die Lampen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017